Im Vorjahr habt ihr noch 900 Euro für Heizkosten bezahlt und dieses Jahr sind es schon 1.300 Euro. Alles wird teurer und Schuld ist natürlich die Inflation. Inflation, gut für Schuldner, schlecht für Gläubiger, Vermögen und Einkommen. Aber stimmt das überhaupt? Und betrifft euch die Inflation überhaupt? Heute zeigen wir das mal an zwei Beispielen, wer eigentlich unter Inflation leidet und was ihr auch dagegen tun könnt. Ich bin Saidi von Finanztip, viel Spaß beim Video. 3,8% betrug die Teuerungsrate im Juli 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, denn das beruht natürlich auf dem Warenkorb des Statistischen Bundesamtes, dass da alles Mögliche reinpackt, was so der Durchschnittsdeutsche an Geld ausgibt. Also Essen, Kleidung, Miete und Sprit zum Beispiel. Ja, und da sagen wahrscheinlich einige von euch schon, hey, ich fahre hauptsächlich Fahrrad, da sind wir doch die Spritpreise Latte. Und genau das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, wer eigentlich wie von der Inflation betroffen ist. Und zwar an zwei Beispielen. Und zwar gucken wir uns Maike und John an. Maike, die fährt eben hauptsächlich Fahrrad. Und deswegen ist es ihr ziemlich egal, dass die Kraftstoffpreise im Vergleich zum Vorjahr um 25% gestiegen sind. Auftanken muss ihr Fahrrad nicht. Bei John ist das anders. Der ist ein durchschnittlicher Autofahrer und gibt im Jahr ungefähr 1.000 Euro für Benzin aus. Und den betrifft natürlich diese Teuerungsrate schon 25% mehr, also sind es jetzt für ihn im Jahr 1.250 Euro. Auf der anderen Seite hat John aber auch einen Vorteil. Denn seinen Strom bezieht er aus Photovoltaik. Er hat ein Eigenheim und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Und deshalb ist er von den steigenden Energiepreisen auf dem Rohstoffmarkt weitgehend unabhängig. Anders ist es bei Maike. Die wohnt nämlich noch zur Miete. In ihrer relativ alten Wohnung, da wird noch mit Heizöl geheizt. Und die Preise für Heizöl, die sind im Vergleich zum Vorjahr um 54% gestiegen. Und diese gestiegenen Kosten gibt der Vermieter natürlich an Maike weiter. Und deshalb, im Vorjahr hat Maike noch 900 Euro an Heizkosten gezahlt. Dieses Jahr wären es schon gute 1.300 Euro. An den Beispielen könnt ihr also sehen, dass Inflation eben nicht über einen Kamm geschert werden kann. Sondern dass eure individuellen Konsumgewohnheiten total viel davon bestimmen, wie stark euch die Inflation betrifft. Fahrt ihr Auto oder nicht? Wie heizt ihr zum Beispiel? Was man außerdem an diesem Beispiel schon erkennen kann, ist, dass die Teuerungsrate der Inflation vor allen Dingen durch die Energie- und Kraftstoffpreise sowie durch die neue CO2-Steuer getrieben wird. Wenn man jetzt diese hohen Energiepreise da wieder rausrechnet, dann liegt die Teuerungsrate der Inflation deutlich unter 3,8%. Ein weiterer altbekannter Glaube beim Thema Inflation ist, dass Schuldnern die Inflation nützt und Gläubiger dagegen verlieren. Aber da wird ein ziemlich entscheidender Aspekt außen vor gelassen. Schauen wir uns den mal genauer an. John ist wie gesagt Eigenheimbesitzer. Und als solcher hat er natürlich für seine Immobilie einen Kredit, eine Finanzierung aufgenommen. Und dafür, für diese Verschuldung, muss er natürlich eine Rate an die Bank zurückzahlen. Die beträgt bei ihm 1.000 Euro im Monat, also 12.000 Euro im Jahr. Und darin enthalten in diesen 12.000 Euro sind 1% Kreditzinsen, die er zahlt. Liegt jetzt die Inflation oberhalb dieses Zinssatzes, dann ist es so, dass Johns Schulden real nach Abzug der Inflation eigentlich weniger werden. Natürlich zahlt er weiterhin seine 1.000-Euro-Rate jeden Monat an die Bank, 12.000 Euro nominal jedes Jahr. Aber wenn wir von den 1% Zinsen 3,8% Inflation abziehen, dann rechnerisch werden seine Schulden um 2,8% weniger. Aber deswegen kann man noch nicht sagen, dass John automatisch mit seinem Kredit von der Inflation profitiert. Dem liegt nämlich ein Denkfehler zugrunde. Denn wirklich leichter fällt es ihm, die 1.000 Euro jeden Monat nur abzubezahlen, wenn natürlich auch sein Einkommen mit der Inflation steigt. Und das ist natürlich nicht automatisch gegeben. Sagen wir mal, John geht zu seinem Chef, hey Chef, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, weil die Inflation ist ja gestiegen. Und dann sagt sein Chef, äh, was ist denn das eigentlich für eine Begründung? Hast du irgendwie bessere Arbeit geleistet? Tatsächlich verdient John ein Jahresbrutto-Gehalt von 60.000 Euro. Und das kann er eben nicht jederzeit und flexibel ständig neu verhandeln. Sondern es ist tatsächlich so, dass auch sein Einkommen unter der gestiegenen Inflation leidet. Er kann sich von seinem Geld schlichtweg weniger leisten, wie wir es vorhin beim Beispiel mit dem Auto gesehen haben. Und wenn wir jetzt die 3,8% auf sein Gehalt mal umlegen, dann verdient er real nach Abzug der Inflation eben nur noch 57.600 Euro. Bei Maike ist das anders. Die ist nämlich Freelancerin. Und deshalb kann sie ihr Einkommen relativ frei verhandeln. Sie macht einfach folgendes. Bei ihrem nächsten Auftrag schlägt sie auf die Rechnung 3,8% obendrauf. Und wenn sie es schafft, das ganze Jahr das durchzuhalten, dann schafft sie es auch mit ihrem Einkommen einen Inflationsausgleich herzuführen. Und dazu muss sie ihr Einkommen auf 62.300 Euro steigern, um wieder den Kaufkraft, den realen Gegenwert von 60.000 Euro vorher zu erhalten. Maike ist ansonsten wie gesagt Mieterin. Und sie zahlt 1.000 Euro Miete im Monat, also 12.000 Euro im Jahr. Und ihre Vermieterin gibt die ansonsten gestiegenen Preise jetzt nicht an sie weiter im Sinne von, dass die Miete steigt. Und deshalb profitiert an der Stelle Maike tatsächlich von der Inflation bei 3,8% Inflation. Wenn sie es eben schafft, ihr Einkommen nominal zu steigern, dann profitiert sie von den gestiegenen Preisen, weil sie eben die gleiche Miete weiterhin bezahlt. Real nach Abzug der Inflation bezahlt sie eigentlich nur noch 11.500 Euro Miete. Und wie ist das andersherum? Leiden jetzt eben Gläubiger, also Leute, die Geld verliehen haben unter der Inflation? Na ja, schauen wir uns das mal an. Maike, die hat einer Freundin 10.000 Euro geliehen. Motto, gib es mir irgendwann zurück. Die haben natürlich da keinen Zins ausgemacht. Und wenn jetzt die Inflation zuschlägt und Maike das Geld eben nach einem Jahr zum Beispiel wiederbekommt, dann kann sie sich für diese 10.000 Euro weniger kaufen. Nach 3,8% Inflation wären es dann nur noch 9.620 Euro. Und daher empfiehlt es sich unter Umständen schon, auch wenn ihr privat Geld verleiht, dass ihr einen Zins ausmacht. Der muss ja jetzt nicht total hoch sein, sodass ihr euren Freunden das Geld aus der Tasche zieht, aber zumindest vielleicht für einen gewissen Inflationsausgleich sorgt. Und damit kommen wir gleich zum nächsten naheliegenden Punkt. Was macht die Inflation eigentlich mit Sparvermögen, mit angelegtem Geld? Und da wisst ihr bestimmt, ja, die Inflation frisst grundsätzlich Sparvermögen auf, aber das ist natürlich nichts Neues. Durch die schon jahrelang anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und anderer Notenbanken liegen die Sparzinsen schon lange unterhalb der Inflation. Und das heißt, die Geldentwertung auf dem Tagesgeldkonto und anderen Sparkonten, die findet schon seit langer Zeit statt. Entscheidend ist aber natürlich die Frage, wie könnt ihr euer Geld gegen Inflation absichern? Was macht ihr mit eurem Geld? Und natürlich wisst ihr auch, eben wenn es auf Sparkonten oder sogar auf dem Girokonto rumliegt, dann ist es der Inflation eben schutzlos ausgeliefert, da wird es real eben weniger wert. Beispiel John, der hat 20.000 Euro auf diversen Konten einfach so rumliegen. Zum einen, weil er sich nicht getraut hat, das Geld zu investieren bei den derzeit ja hohen Kursen. Und zum anderen, weil er eben Rücklagen für seine Immobilie, für sein Eigenheim braucht. Aber, da er dort so gut wie eben keine Zinsen auf den Konten kassiert, sind nach einem Jahr bei 3,8% Inflation von den 20.000 Euro nur noch, general, 19.200 Euro übrig. Das heißt, er kann sich von den 20.000 Euro nur noch Waren und Dienstleistungen im Gegenwert von 19.200 Euro kaufen. Das Gegenbeispiel könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken. Maike hat auf der anderen Seite 20.000 Euro in ein ETF auf den MSCI World investiert. Und der MSCI World ist von Juli 2020 bis Juli 2021 um gute 30% gestiegen. Und selbst wenn wir jetzt die Inflation von 3,8% da abziehen, dann bleiben Maike vor Steuern immer noch eine Rendite von rund 26,2%. Das heißt, aus ihren 20.000 Euro sind real, nach Abzug der Inflation, 25.200 Euro geworden. Also wie immer. Wenn ihr langfristig, breit gestreut mit ETFs in Aktien investiert, habt ihr immer eine sehr gute Chance, der Inflation ein gehöriges Schnippchen zu schlagen, also oberhalb der Inflationsrate zu liegen. Auch wenn es nicht immer 30% pro Jahr sein werden. Ihr seht also, 3,8% das ist nur die allgemeine durchschnittliche Teuerungsrate. Es kommt total darauf an, wie ihr euch verhaltet, wie euer Konsum eigentlich gestaltet ist. Fahrt ihr Auto oder nicht? Wie heizt ihr? Habt ihr Schulden oder habt ihr womöglich Geld verliehen? Und vor allen Dingen natürlich auch, schafft ihr es, euer Einkommen zu steigern in diesen Inflationsphasen? Und was euer Vermögen angeht, lasst euch von kurzfristigen Schocks, wenn die dir denn kommen mal, nicht schockieren, sondern haltet es langfristig durch, dann werdet ihr auch eine gute, reale Rendite erzielen. Wie ist das eigentlich bei euch? Wo in eurem Leben merkt ihr derzeit die Inflationsrate? Was wird bei euch teurer? Und wo seid ihr gut aufgestellt, dass ihr euch gegen die Inflation geabnet habt? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Saidi.